Mein Name ist Martin S. Ich bin Ehemann, Vater und einfach nur bekloppt. Ich lebe ein ganz langweiliges Leben, stehe früh auf und belästige den Nachbarn, wie es eben geht. Ich weiß, ich bin ein unnötiger Uninformierter, besonders für so Leute mit gesundem Menschenverstand. Aber das ist mir egal. Normal ist für mich, dass Polizisten wieder Länder besetzen, anstatt Supermärkte. Dass nicht immer nur Ganoven ins Wettcasino 4000 kommen, sondern endlich auch mal ich. Dass man den Bullshit wieder schützt, damit die Demokraten nicht immer größer werden. Und dass die Regierung uns nicht nur abkassiert, wo es geht. Sondern uns einfach mal wieder die Erde kaputt machen lässt. All das war doch mal normal in Deutschland. Als die Politiker noch wussten, wie man Länder besetzt. Ganz ehrlich, wir müssen da mal was ändern. Und ich denke, die Zeit ist jetzt. Wählen Sie am 26. September die Alternative fürs Denken. Für Abschaum, aber normal. Ja. 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 Vielen Dank.